Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr an Elfriede Jelinek. Die Österreicherin gilt als eine der unbequemsten Schriftstellerinnen im deutschsprachigen Raum. Die Schwedische Akademie der Wissenschaften erklärte, in vielen ihrer Theaterstücke und Romane, wie etwa der Klavierspielerin, stelle sie eine Welt ohne Gnade dar. Immer wieder gehe es ihr darum, gesellschaftliche und sexuelle Ausbeutung offenzulegen. Glückwünsche von Freunden und Nachbarn. Ansonsten schottete sich Elfriede Jelinek heute ab. Auch zur Verleihung des Literaturnobelpreises will sie nicht selbst nach Stockholm reisen. Momentan könne sie sich Menschen nicht aussetzen, sei psychisch zu erschöpft, heute aber natürlich stolz und geehrt. Es gibt ja keinen größeren Preis. Und dann aber sofort die Angst, dass man jetzt auf eine Weise eine öffentliche, zumindest für eine Zeit lang eine öffentliche Person wird, die ich nicht sein kann und nicht sein will. Hauptthema der Autorin aus der Steiermark, das Verhältnis Politik und Privatleben, der Machtkampf der Geschlechter. Wobei Elfriede Jelinek den ersten Nobelpreis für eine österreichische Literatin als Aufwertung aller Frauen sieht. Für das Komitee in Stockholm dagegen war ihr Gesamtwerk ausschlaggebend. Für den musikalischen Fluss von Stimmen und Gegenstimmen in Romanen und Dramen, die mit einzigartiger sprachlicher Leidenschaft die Absurdität und zwingende Macht der sozialen Klischees enthüllen. Fast alle wichtigen Literaturpreise im deutschsprachigen Raum wurden Elfriede Jelinek schon zuerkannt. Aber die gern provozierende Schriftstellerin ließ heute wissen, dass der Nobelpreis nicht als Blume im Knopfloch für Österreich betrachtet werden soll. Politisch engagiert geißelte die radikale Feministin auch in ihren Theaterstücken. Unzulängliche Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit und Fremdenfeindlichkeit in der Alpenrepublik. Für Kritiker von rechts eine Nestbeschmutzerin, die Österreich durch den Dreck zieht. Mit einhelliger Freude reagierte die Kulturszene auf die Entscheidung der schwedischen Akademie. Kulturstaatsministerin Weiß sagte, sie sei begeistert. Jelineks Texte seien eine andauernde Herausforderung und gnadenlose Zumutung. Der Intendant der Münchner Kammerspiele, Baumbauer, erklärte, die Ehrung sei umso bedeutender, weil Jelinek in Österreich immer um Akzeptanz gekämpft habe. Bei den Verlagen der Autorin brach Jubel aus. Sektlaune am Robold stand auf der Frankfurter Buchmesse. Die Überraschung war groß, als am Mittag die Meldung eintraf. Schließlich waren dieses Jahr viele Namen für den Literaturnobelpreis genannt worden. Nur nicht der, der Österreicherin Elfriede Jelinek. Die provokante Autorin scheut jedoch den Messerummel. Daher warteten viele Journalisten vergebens in Frankfurt. Freude beim Verleger. Alle großen Autoren, alle Autoren auf diesem Niveau, die mit diesem Ernst schreiben, müssen umstrittender sein, müssen auch provozierender sein. Auch beim Berlin Verlag und beim österreichischen Apfel Verlag ist die Freude groß. Auch sie haben Bücher der Nobelpreisträgerin im Programm. Aber nicht nur in den Messehallen war die Bekanntgabe das bestimmende Thema. Sie ist für mich eine Art Kassandra, also jene antike Seherin, die das Unglück sieht, den Tod sieht und herausschreit. Und niemand glaubt ihr. Und das ist natürlich ein schrecklicher Zustand. Das ist der Zustand dieser Dichterin. Und sie hat uns als Frau sehr viel über die gesellschaftlichen Verhältnisse, über Frauen und Männer gesagt. Keine oder wenige haben so konsequent benanntes Machtverhältnis zwischen Frauen und Männern. An Messeständen wird umdekoriert. Auf der weltgrößten Bücherschau wird die Autorin jedoch nicht erscheinen. Sie bleibt lieber in Wien. Einen ausführlichen Filmbericht zur Preisvergabe an Jelinek bringt das Erste heute Abend um 23 Uhr. Die Rechtschreibreform wird in ihren Grundzügen voraussichtlich erhalten bleiben. Das zeichnet sich bei dem zweitägigen Treffen der Ministerpräsidenten der Länder ab, das heute in Berlin begann. Eine Abkehr von der Reform würde eine einstimmige Entscheidung erfordern. Änderungen im Detail sind aber möglich. Die Absicht einiger Großverlage zur alten Schreibweise zurückzukehren, hatte den Streit um die Reform neu angeheizt. Die strahlende Einigkeit täuscht, aber in der Frage der Rechtschreibreform gehen bei den Ministerpräsidenten der Länder die Meinungen nach wie vor weiter auseinander. Unüberhörbarer Kritik mit der Forderung nach Rücknahme der Reform steht der Wille gegenüber, an den neuen Schreibregeln festzuhalten. Die Kinder lernen seit sechs Jahren nach dieser Rechtschreibreform. Es macht Sinn, einen Rat für deutsche Sprache zu berufen, der gegebenenfalls zu überprüfen. Der Rat der deutschen Sprache soll nach Meinung vieler Ministerpräsidenten die Reform weiterentwickeln und ihre Fehler beheben. Neben Wissenschaftlern sollen nun auch verstärkt Reformkritiker zu Wort kommen, zum Beispiel Verleger und Schriftsteller. Die Länderchefs rechnen mit einem Kompromiss. Ich gehe davon aus, dass etwa bei der Frage der Groß- und Kleinschreibung, bei der Frage der Zusammenschreibung, bei der Frage der Interpunktion erheblicher Korrekturbedarf besteht. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich die neue Rechtschreibung für in vielen Punkten fehlerhaft ansehe. Und vor dem Hintergrund hoffe ich, dass es gelingt, eine Lösung zu finden. Ich selber bin ja ein leidenschaftlicher Anhänger bewährter Rechtschreibung, ein Gegner der neuen Rechtschreibung. Aber da muss man dann auch anerkennen, aufgrund der vielen Gespräche der letzten Wochen, dass ein Zurück zur alten Rechtschreibung nicht mehrheitsfähig ist. Und hier gilt ja das Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, jeder Einzelne könnte sich querlegen. Und dass alle 16 für die alte Rechtschreibung sind, das Ergebnis konnte ich nicht erzielen. Das ist wahr. Große deutsche Zeitungsverlage haben sich in den letzten Wochen demonstrativ zur alten Rechtschreibung bekannt. Morgen Vormittag wollen die Ministerpräsidenten die Suche nach einer Lösung fortsetzen. Knapp vier Wochen vor der Präsidentenwahl in den USA hat die Regierung den Irakkrieg erneut gerechtfertigt. Auch nach dem Bericht von US-Waffeninspektor Duelfer verteidigte Präsident Bush seinen Kurs, das Saddam-Regime sei gefährlich gewesen. Sein Herausforderer Kerry hingegen sprach von Beweisen für eine falsche Politik. In dem Bericht hieß es, der Irak habe immer nach Massenvernichtungswaffen gestrebt, zu Kriegsbeginn aber keine gehabt. Die Schlagzeilen von Los Angeles bis Washington lauteten ähnlich, es gab keine Massenvernichtungswaffen im Irak. In seinem Abschlussbericht kam der Regierungsbeauftragte Charles Duelfer zu einem eindeutigen Urteil. Wir können nicht mit Gewissheit sagen, ob Material zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen aus dem Irak herausgebracht wurde. Und wir wissen nicht genau, ob er noch Lager hatte. Aber mein Urteil lautet, es gab keine. Außerdem gebe es keine Hinweise, dass Saddam Hussein vor dem Irak-Krieg aktiv an einem Waffenprogramm gearbeitet habe. Dennoch beharrte der Präsident heute auf der Rechtmäßigkeit des Krieges. Der Dolfer-Report zeigt, dass Saddam systematisch das System ausgespielt hat. Er wollte das Öl für Lebensmittelprogramm nutzen, um die Sanktionen zu unterlaufen. Der Dolfer-Report wirft den Vereinten Nationen und besonders Benin Sevan, dem Chef des Öl-für-Lebensmittelprogramms Korruption, vor. Politiker verschiedener Regierungen, darunter Russland und Frankreich, seien von Saddam Hussein mit Ölversprechungen bestochen worden, um die Sanktionen zu lockern. Jetzt hat es die Regierung sogar schriftlich. Saddam Hussein war keine akute Bedrohung. Aber Fehler werden nicht eingestanden. Stattdessen spricht man lieber über die Korruptionsvorwürfe. John Kerry und George Bush bereiten sich derzeit auf ihre zweite Debatte morgen Abend vor. Der Präsident kann sich auf weitere kritische Fragen zum Irak gefasst machen. Bei einem Anschlag in der pakistanischen Stadt Multan sind mindestens 39 Menschen getötet worden. Mehr als 100 wurden verletzt. Nach Polizeiangaben explodierten zwei Sprengsätze während einer sunnitischen Versammlung. Die Behörden vermuten, dass radikale Schiiten hinter der Tat stecken. Extremisten aus den beiden islamischen Religionsgruppen bekämpfen sich seit 20 Jahren in dem Land. Es ist das zweite schwere Attentat innerhalb einer Woche. Der tschetschenische Präsident Alkanow ist im Europarat mit massiven Vorwürfen konfrontiert worden. Die parlamentarische Versammlung prangerte schwere Menschenrechtsverletzungen in der Kaukasusrepublik an. In Entschließungen kritisierte sie die russische Regierung scharf, verurteilte aber auch terroristische Anschläge wie den in Beslan. Die Gewalt werde immer mehr zu einer Bedrohung für die gesamte russische Föderation. Alkanow, der neue tschetschenische Präsident, für seine Kritiker ein Stadthalter Putins in Krosny. Hier in der parlamentarischen Versammlung des Europarats muss er sich eine schonungslose Darstellung der Verhältnisse in seinem Land anhören. Noch immer sei die Menschenrechtslage in Tschetschenien katastrophal. Folter, Mord und Geiselnahmen gehörten dort zum Alltag, sagt der deutsche Berichterstatter bindig. Nur wenn auch wirklich der Wille ist, von den russischen Sicherheitskräften, die dort tätig sind, selbst die Menschenrechte zu achten, dann kann die Spirale der Gewalt, die sich im Moment immer noch hochschaukelt, vielleicht einmal angehalten werden und ein Nährboden für neuen Terrorismus beseitigt werden. Die große Mehrheit hier will eine politische Lösung des Konflikts. Alkanow gesteht zwar ein, die Kriminalität in seinem Land sei höher als anderswo, doch er versichert, es gebe eine Tendenz zum Besseren. Natürlich wolle er verhandeln, aber nicht so wörtlich mit blutrünstigen Banditen und Terroristen. Trotz aller Kritik, beide Seiten sind um Verständigung bemüht. Das versichert nach der Sitzung auch die russische Delegation. Kleine Missverständnisse, mehr nicht, so die Aussage eines tschetschenischen Abgeordneten. Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft fordern eine umfassende Reform der Unternehmensbesteuerung. Ziel müsse eine deutliche Entlastung der Betriebe sein, und zwar noch vor der Bundestagswahl 2006. In Berlin kritisierten Verbandsvertreter, das derzeitige Steuersystem sei zu kompliziert und international nicht konkurrenzfähig. Zu hohe Abgaben behinderten die Ansiedlung von ausländischen Unternehmen und trieben einheimische Firmen ins Ausland. 182 Punkte hat die deutsche Wirtschaft in diesem Papier aufgelistet. Punkte, die allesamt im deutschen Steuerrecht geändert werden müssten. Einfacher soll es nämlich werden, aber auch die Steuersätze sollen runter. Ohne Reform drohe, so die Wirtschaftsverbände gemeinsam, eine noch stärkere Abwanderungswelle Richtung Osteuropa. Die Mahnung an die Politik, die Zeit dränge, ein neues Steuerrecht aufzuschreiben. Wir können uns jetzt nicht zurücklehnen. Es sind noch fast zwei Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl. Und wir fragen immer wieder den Finanzminister, was treibst du eigentlich in deinem Haus, außer über neue Steuererhöhungen nachzudenken? Diese Kritik trägt er natürlich mit. CDU-Finanzexperte Merz unterstützte deshalb heute die Forderungen der Wirtschaftsverbände. Wenn wir das komplizierteste Steuersystem der Welt haben, dann ist es völlig unabhängig von der Höhe der Steuersätze ein erheblicher Standortnachteil. Die Unternehmen brauchen vor allen Dingen ein transparentes und einfaches System. Das rief natürlich den Finanzminister auf den Plan. Die Wirtschaft habe wenig Grund zur Klage, sie sei doch bereits entlastet worden und für mehr sei einfach kein Spielraum. Wir haben die Steuern, vor allem für die kleinen und mittleren Unternehmen, die Einkommenssteuer zahlen, ganz stark gesenkt. Wir haben eine richtige Steuervereinfachung in der Körperschaftssteuer gemacht mit der Steuerreform. Und wir wollen auch bei der Vereinfachung weitermachen. Das ist am vernünftigsten auf europäischer Ebene. So etwas allerdings dauere nun mal seine Zeit, meinte Eichel. Eine Botschaft, die den Wirtschaftsverbänden nicht gefallen wird. Knapp drei Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg haben sich SPD und CDU auf eine Fortsetzung ihrer Koalition geeinigt. Ministerpräsident Platzeck und CDU-Landeschef Schönbohm wollen den Vertrag am Dienstag unterschreiben. Zuvor muss er auf Sonderparteitagen von den Landesverbänden gebilligt werden. Schwerpunkte sollen ein stärkeres Wirtschaftswachstum und der Schuldenabbau sein. Vier der neun Ministerposten werden neu besetzt. Die am Dienstag havarierte Chikutimi treibt weiter vor der irischen Küste. Auf dem kanadischen U-Boot war ein Brand ausgebrochen. Gestern konnten drei verletzte Seeleute geborgen werden. Ein Offizier starb später im Krankenhaus an den Folgen einer Rauchvergiftung. Der Zustand eines weiteren ist kritisch. Bislang hatte das kanadische Militär eine Gefahr für die Besatzung ausgeschlossen. Jetzt räumte der Oberbefehlshaber ein, die Lage unterschätzt zu haben. Schlepper sollen die Chikutimi mit 54 Mann an Bord in einen Hafen ziehen. Das verheerende Feuer in der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar ist offenbar durch einen unbemerkten Schweelbrand ausgelöst worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Erfurt mit. Sie beruft sich auf ein vorläufiges Gutachten des Bundeskriminalamtes. Bei dem Brand Anfang September wurde der Dachstuhl der zum Weltkulturerbe gehörenden Bibliothek zerstört. 50.000 Bücher wurden vernichtet, mehr als 60.000 stark beschädigt. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland wird mit einem großen Fest im Berliner Olympiastadion eröffnet. Das besiegelten der Chef des Fußball-Weltverbandes FIFA Blatter und Bundesinnenminister Schilly heute in Berlin. Motto des von Künstler André Heller kreierten etwa 22 Millionen Euro teuren Programms ist Die Welt zu Gast bei Freunden. Die Kosten der Feier trägt die FIFA. Termin ist der 8. Juni 2006. Tags darauf soll, geht es nach Blatter, Gastgeber Deutschland das WM-Eröffnungsspiel bestreiten. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 8. Oktober. Von der Biskaria über Süddeutschland bis nach Russland verläuft eine Luftmassengrenze, die kühle Luft im Norden von Warmluft im Süden trennt. Entlang dieser Linie liegt ein langgestrecktes Wolkenband. In der Nacht ist es im Norden und Osten gering bewölkt. Im Südwesten und in der Mitte fällt etwas Regen, an den Küsten gibt es einzelne Schauer. Morgen zeigt sich die Sonne vor allem im Nordwesten sowie am Alpenrand. Dazwischen ist es stark bewölkt, vom Saarland bis Sachsen fällt Regen, im Süden nachmittags und abends auch Gewitter. Schauer in Küstennähe. Dazu weht in der Mitte ein schwacher, sonst auch mäßiger an der See frischer Wind aus West bis Nord. Die Luft kühlt in der Nacht auf 12 bis 4 Grad ab. Wo es länger aufklart, ist Bodenfrost möglich. Unter den Regenwolken morgen nur 9 bis 12 Grad, sonst bis 15 Grad. Im Süden sorgt die Warmluft für Temperaturen bis zu 23 Grad. Am Samstag regnet es nur noch leicht im Süden, Richtung Norden wird es zunehmend freundlicher. Auch in den Alpen nicht mehr so warm. Am Sonntag im Norden trocken, im Süden erst Regen, später lockert es auf. Zu Beginn der neuen Woche ändert sich kaum etwas.